Vorher ausräumen, bevor wir es dann letztendlich bewegen können, um es dann wieder einzuräumen. Und nein, dieses Teil wird es bestimmt nicht aushalten, dass ich es mit Inhalt transportiere oder verschiebe. Obwohl, wenn es kaputt geht, hätte ich einen Grund, es wegzuschmeißen. Ja, fangen wir erstmal mit Verleimen an. Ja, und immer wenn ich dieses Teil so aufmache, denke ich, ach, ich brauche mal einen neuen Pinsel. Oder vielleicht muss der ja so aussehen. Jetzt kommen wir zu dem, worauf ich mich bei diesem Projekt am meisten gefreut habe. Kauft man mir das gerade ab? Weil zum Teil ist das tatsächlich sogar wahr. Ihr seht schon, dieses Regal, naja, das passt nicht wirklich hier ins Studio. Es ist so das typische Ikea-Regal, was, glaube ich, jeder in seinem Leben mindestens schon einmal gesehen hat. Nicht nur in diesem, ja, Einrichtungshaus an sich, sondern auch bei vielen YouTubern sieht man das ja auch häufig im Hintergrund stehen. Hier ist es bei mir auch. Das hat tatsächlich auch nur den Hintergrund gehabt, dass ich erstmal irgendwie, ja, so ein bisschen Stauraum habe. Aber ihr seht auch, da ist viel Zeug drin, was hier eigentlich gar nicht hingehört. Also Schallplatten mal hier angefangen, CDs, aber dann findet man auch wieder Leim und Farben, die definitiv hierher gehören. Ja, reden wir nicht lange drum herum. Dieses Ikea-Regal, jetzt habe ich es doch gesagt, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Ich glaube, wir sind uns einig, dieses, nicht nochmal, dieses Regal muss definitiv hier weg. Und ich habe da ganz ehrlich keinen Bock drauf, dieses Ikea-Regal, sag ich es schon wieder, mein Gott. Ich habe echt keinen Bock, dieses Regal erst groß auszuräumen. Okay, die Schallplatten, die haben schon, sag ich jetzt mal, einen gewissen Wert, die würde ich schon rausräumen. Aber alles andere, naja, das ist so viel Kleinkram. Am liebsten würde ich es jetzt einfach nur noch wegschieben an eine neue Stelle und dann kann es erstmal dort stehen, bis es da wieder rausfliegt irgendwann. Ja. Aber was man hier auch schön sieht, okay, jetzt neben dieser Lampe hier. Aber was man auch schön sieht, hier steht eine Maschine, die dann zum Beispiel auf diese Maschinenplattform drauf soll, weil sie aktuell keinen Platz hat oder nicht wirklich irgendwie allgemein einen Standort, wo ich sie brauche. Weil die ist immer mal da und mal da im Einsatz. Ja. Und damit wird es dann definitiv Zeit, dass dieses Teil hier mal wegkommt und die Maschinenplattform hierher. Ich war jetzt echt in der Hoffnung, umso mehr ich rede, umso schneller ist dieses Ding mal hier weg. Aber es funktioniert irgendwie nicht wirklich. Hier ist auch so viel Zeug drin, was für irgendwelche Projekte mal noch eine Anwendung finden soll. Irgendwie. Kennt ihr das? Man muss sich erstmal motivieren, so etwas anzugehen. Aber ich glaube, ich fange jetzt erstmal mit den Sachen an, die definitiv nicht kaputt gehen sollten. Und das sind die Schallplatten und CDs. Also raus damit. Naja, vielleicht finde ich das eine oder andere mal wieder, was ich schon seit längerem suche. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen. Aber sowas wie eine Weihnachtsschallplatte, glaube ich, gehört nicht dazu. 16 Mark. Ja, und für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, warum hat denn der so viele Schallplatten? Ja, die haben tatsächlich jetzt nicht nur... Oh Gott, das will. Ja, für diejenigen, die es ja nicht wissen, da gibt es ja vielleicht den einen oder anderen. Ja, ich war mal im früheren Leben vor einiger Zeit mal DJ. Und ganz ehrlich, von so vielen kann ich mich sowieso nicht trennen. Schallplatten gehören zum Beispiel dazu. Ja, und so viele Schallplatten, wie ich sie auch noch geschenkt bekommen habe, sind auch noch dabei. Ich glaube, ich muss echt mal die Turntables wieder auspacken. So viele Schallplatten, wie hier noch original verpackt sind. So, ob das Ding jetzt schon leer genug ist, um das Ganze hochzuheben und auf ein Rollbrett zu packen? Naja, vielleicht geht er dann ja leider kaputt. Ja, dann muss ich mich ganz von dem trennen. Das wäre natürlich fatal. Die Autos sollte ich vielleicht trotzdem noch runternehmen. Ach, hier sind die Teile. Die habe ich tatsächlich mal gesucht. Was haben wir hier? Ich werde bekloppt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade erkennen könnt, so eingestaubt wie das Teil ist. Aber das sind so Aufbügel, Abschlussleisten, wie man es auch immer nennen möchte, für Arbeitsplatten. Und das habe ich schätzungsweise mal zu der Arbeitsplatte von der Kappsägenstation dazu bekommen. Und wenn ihr euch die Optik anschaut, kommt euch das eventuell auch bekannt vor. Jetzt nicht nur aufgrund der Kappsägenstation, sondern auch der Optik, die ich für die Arbeitsplatten gewählt habe, für die Projektetische. Und da hatte ich ja auch mit dem Gedanken gespielt, mir solche Abschlussleisten zu kaufen und die aufzubügeln, damit man dann das gleiche Bild ringsherum hat. Und wo ich den Preis aber für die Dinger gesehen habe, bin ich dann erstmal in Ummacht gefallen. Und dabei habe ich die die ganze Zeit hier rumliegen. Okay, hier sind jetzt nur zwei drin, also könnte ich jetzt nur eine Platte bearbeiten von vier, die es mal werden. Aber der Witz ist wirklich, ich philosophe hier über den Preis und habe da die ganze Zeit hier so ein Teil rumliegen. Das kann man keinem erzählen, echt nicht. Oder finde ich jetzt hier vielleicht noch mehr? Der Witz ist, ich kann mich auch echt sehr dunkel daran entsinnen, das bekommen zu haben. Aber mehr scheint es auch nicht zu sein. Alte Projekte findet man hier auch noch. Wer dieses Projekt erkennt, schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare. Also, ich weiß nicht, wie lang das her ist und wie lang das Teil auch nicht mehr in Betrieb ist. Aber det würde mich mal echt interessieren, ob jemand dieses Projekt noch erkennt. Und ja, suchen kann man es schnell finden, bestimmt auch. Aber derjenige, der es auch sofort erkennt. Ist der absolute Hero. So, jetzt aber nicht mehr lange quatschen. Das Ding muss jetzt auf dem Rollbrett und hier weg. Ja, das hat doch wunderbar geklappt. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin der ideale Umzugshelfer, wenn es darum geht, etwas zu transportieren, was nicht unbedingt teilbleiben muss. Aber der Ikea-Schrank, dieses Regal hat es definitiv überlebt und lebt dann noch ein bisschen länger bei mir. Ab in die Ecke mit dir. Aber sofort. Okay, vielleicht überlebst du jetzt den Abladeprozess nicht. Passt perfekt. Dann brauchen wir das Ganze jetzt nur noch zusammenschrauben. Ja, nur noch. Dann brauchen wir das echt nur noch zusammenschrauben. Schon wieder dieses Wort. Noch. Dann müssen wir das Ganze jetzt zusammenschrauben und dann können wir es hinstellen. Nur noch. Okay, ich gebe zu, es war ein nur noch zusammenschrauben. Zumindest wird der Zusammenschnitt so ausgesehen haben. In Wirklichkeit sind jetzt nämlich 30 Minuten vergangen. Also mit anreißen, mit bohren, mit schrauben. In dem Fall dann auch noch den Stahlträger bohren und senken, dass ich das Ganze dann auch an die Wand schrauben kann. Wäre das nun in der Realität auch so einfach, wie es im Video immer aussieht. Nichtsdestotrotz, das Teil können wir jetzt hinstellen. Okay, das Teil ist dann doch leichter, als ich dachte. Aber eben auch sperrig. Rollt davon, meine Projektetische. Kennt ihr diesen Moment vielleicht auch? Ja klar, wir haben schon häufig von Momenten gesprochen. Ein Projekt ist fertig. Man kann sich daran ergötzen. Man kann damit arbeiten. Ja, diese Momente sind schön. Aber kennt ihr vielleicht auch diesen Moment? Ihr denkt, jetzt ist dieser Moment da. Das Projekt ist fertig. Man kann sich, wie gesagt, daran ergötzen. Man kann damit arbeiten. Und stellt dann aber fest, du hast wieder mal etwas vergessen zu bedenken. Das war auch schon bei der Kappsägenstation genauso der Fall. Und zwar seht ihr nämlich diesen Spalt hier. Den habt ihr jetzt auch umlaufend um diese Maschinenplattform. Das ist der Grund der Sockelleiste, die ich wieder mal vergessen habe zu bedenken. Hier hinten ist das jetzt nicht mal das Problem, weil dann kommt, da kommt noch was drauf. Will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Hier regt mich das dann allerdings dann schon wieder auf. Das heißt nämlich für mich, ich muss da unten noch ein Stück ausfräsen, dass das Ganze bündig an die Wand kommt. Also ist dieses Projekt so gesehen noch nicht fertig. Also heißt das jetzt fräsen. Okay, in diesem Fall jetzt nicht mehr fräsen, weil wir haben es doch etwas später. Deswegen hätte ich es jetzt auch am liebsten schon an die Wand geschraubt. Aber das geht ja nun auch nicht, weil, wie gesagt, später es ist. Später es ist. Also muss ich das Ganze auf Mogen verschieben. Sprich, ich gehe heute ins Bett, denke mir, ach, hattest du das bloß bedacht? Warum hast du da wieder nicht dran gedacht? Und das ist so dieser Moment, mit dem ich jetzt diesen Tag abschließen muss. Am liebsten hätte ich jetzt ganz ehrlich, ich habe es mir schon im inneren Auge ausgemalt, wie ich rüber zu dem Blatt gehe, abhacke, dass ich diese Maschinenplattform gebaut habe. Aber nein. Andererseits macht es mich stolz, dass sie eigentlich nur noch minimal wackelt. Also hier ist nicht groß an Verstrebungen irgendwie gedacht worden und trotzdem wackelt das Teil so gut wie gar nicht. Also das habe ich schon schlimmer gesehen. Doch eben, zum Teil Qualitätsarbeit. Zum Teil. Obwohl, Qualitätsarbeit ist es trotzdem. Bis auf, dass der Chef da mal was vergessen hat, wieder zu bedenken. Ja, das heißt, morgen geht es weiter. Nächster Tag und frisch ans Werk. Und wie ich es schon prophezeit habe, dieses Problem von gestern hat mich durch die Nacht begleitet und natürlich auch die Problemlösung dieser Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht den mörderischen Bock, das ganze Teil nochmal zu zerlegen und jetzt irgendwie dieses Problem auszumerzen. Aber, wenn ich das Ganze zusammengebaut lassen möchte, kommt nur eine Handvoll an Maschinen in Frage, die zu dieser Problemlösung irgendwie beitragen könnten. Schöner Satz. Zum einen, Handfräse wäre eine Möglichkeit. Die ist auch glücklicherweise hier, wenn ich wirklich das in Betracht ziehe. Weil, durch den Umzug sind, naja, ein paar Maschinen auch in der neuen Wohnung. Stichsäge ist genau so das richtige Thema, was ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt hier verwenden würde. Aber die Stichsäge ist in der neuen Wohnung. Also, nicht hier. Also fällt die schon mal raus. Handfräse. Hm. Dann so das Ganze ebenerdig abfräsen. Ohne die Fräsführung. Die ist nämlich auch in der neuen Wohnung. Ich glaube, ich komme fast nicht drum herum, dieses Teil nochmal zu zerlegen. Da ist ja auch das nächste Problem, diese vorderen Beine hier sind ja nun mal zu einer Einheit jetzt zusammengeklebt. Also da... Und was ich ja gestern auch falsch gesagt habe, was ich hiermit auch korrigieren möchte, dieser Spalt da hinten, habe ich ja gesagt, ist ja gar nicht so tragisch, weil da kommt ja eh noch was davor. Wäre da nicht die Tatsache, dass ich ja unten diese Stahlkonstruktion so angebracht habe, dass wir das Ganze an die Wand schrauben können, dass das solide ist, sich nicht bewegen lässt. Also müssen die hinteren Beine ja auch bearbeitet werden. Was auch noch eine Problemlösung in meinen Augen tatsächlich für den Moment war, jetzt gerade in der jetzigen Situation nicht mehr, dass ich mir tatsächlich einfach die Arbeitsplatte doch kaufe, die hier ursprünglich mal drauf sollte, weil da kann ich das überstehen lassen an den Seiten. Dann habe ich auch das Maß, was ich ursprünglich mal gedacht hatte. Vielen Dank.